In unserer Sendereihe Laudelei Original kommt jetzt ein Thema, was eigentlich zu den großen Geheimnissen eines Soliteursbetriebs gehört. Nämlich, wie rechnet man eine Anlage? Was bekommen die Kunden in Unterlagen? Was kostet es? Und wie ist die Wirtschaftlichkeit? Wie rechnet Holger Laudelei? Heute das Thema Einfamilienhaus. Hier ist Laudelei Original. Das ist heute eine besondere Sendung. Ich sage das in der Einleitung schon. Normalerweise redet man in dieser Branche gar nicht so über Preise und über Amortisationsrechnungen, weil sich auch viel verändert. Weil der Markt ist mit den Preisen immer sehr dynamisch. Und wir nehmen diese Sendung auf im April 2024. Es kann im Mai, Juni, Juli schon wieder alles ganz anders aussehen. Ja, schon. Aber so das Grobe ist ja, was immer gleich ist. Und bei uns ist es ja so, man kommt ja bei uns zu einer Beratung. Man muss für die Beratung auch bei uns Geld bezahlen, was dann bei einer Auftragserteilung dann gegengerechnet wird. Aber im Telefonkontakt, ich habe mit vielen Kunden auch Telefonkontakt im Vorfeld, da mache ich eine Kurzberatung, indem ich die Leute kurz ausfrage, was sie vielleicht so wissen. Ich kriege dann ja auch mit, wie weit sind sie schon im Thema drin. Das ist für mich ja ganz wichtig. Und danach entscheiden wir, ob die Leute auch wirklich eingeladen werden oder nicht. Also es ist sehr, sehr schwer, wenn einer keine Stromkostenabrechnung hat oder wenn keiner seine Gasabrechnung zur Hand hat und so weiter, dann wird es halt schwer, wenn man gar keine Daten hat. Und wir haben jetzt hier ein Projekt, das auch wirklich gebaut wird. Das ist unterschriftsreif. Und an dem möchte ich das ganz gerne mal erläutern, wie wir das machen. Ja, Beratungstermine bei lauter Betriebstechnik lohnen sich immer. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt immer Käsewürfel, es gibt immer Catering, gute Getränke dazu. All das macht schon Spaß. Das heutige Objekt, es handelt sich um ein Einfamilienhaus und soll eine Photovoltaikanlage mit einem Stromspeicher bekommen. Das Haus hat 15,5 kW Peak, ist geplant. Also schon ein Haus mit einer etwas größeren Photovoltaikanlage. Ja, man muss jetzt hier klar sagen, die Anlagen zwischen 0,6 kW, also 0,6 kW sind Balkongraftwerke bis 10 kW, die sind immer sehr, sehr schwierig zu rechnen. Weil da die Stromverbräuche nicht hoch genug sind, ich sage einfach bis 2000 Kilowattstunden Stromverbrauch, lohnt sich einfach nur ein Balkongraftwerk. Da muss man einfach die Finger von den Speichern lassen. Und dann zwischen 2000 Kilowattstunden und 10.000 Kilowattstunden, dazwischen wird es dann interessant. Dann kann man was machen. Und hier haben wir zum Beispiel ein Einfamilienhaus. Da war der Erstkontakt über Telefon. Und ich habe dann gefragt, war auch die Frau am Telefon? Das ist ganz selten. Normalerweise machen die Männer das. Da macht es die Frau. Und ich habe nach dem Stromverbrauch gefragt. Ja, Stromverbrauch wusste sie genau. 4.000 Kilowattstunden. Und dann habe ich gefragt, was ist geplant? Ja, wir werden eine Wärmepumpe bekommen. Und ich sage, können Sie mir einen jetzigen Gas- oder Ölverbrauch, die hat eine Gasheizung, konnte sie mir sagen. Da lag sie bei guten 15.000 Kilowattstunden Gasverbrauch, was sehr wenig ist schon. Das ist das Zeichen, dass dieses Haus geeignet ist für eine Wärmepumpe. Und dann habe ich sie gefragt, ist Elektroauto geplant oder nicht geplant? Ja, selbstverständlich. Wir haben sogar schon ein Elektroauto. So, und dann rechne ich das schon auf den Stromverbrauch drauf. Ich rechne jetzt bei dem Elektroauto, rechne ich im Durchschnitt erstmal 15.000 Kilometer. Das kam da auch hin. Wir haben immer pro 5.000 Kilometer haben wir beim Elektroauto etwa 1.000 Kilowattstunden. Die wollten auf gar keinen Fall irgendwo an Superchargern. Die haben kurze Wege, die laden nur zu Hause. Also wird nur zu Hause geladen. Also sind das ungefähr 3.000 Kilowattstunden, die wir für das Elektroauto pro Jahr brauchen. Und dann war wichtig, dass ich die 15.000 Kilowattstunden quasi für die Wärmepumpe umrechne. Und das habe ich jetzt mal ganz grob gemacht, dass wir für die Wärmepumpe im Jahr ungefähr 3.000 Kilowattstunden Strom brauchen. Und das Haus war in einem wirklich guten Zustand. Macht also 10.000 Kilowattstunden. So, bei den 10.000 Kilowattstunden rechne ich ganz grob dann die Photovoltaikanlage einmal um 30 Prozent Aufschlag. Das haben wir hier das Glück bei dem Projekt, dass wir eine Südlage haben, eine unbeschattete Südlage in einem vernünftigen Winkel. Da kommt man ganz gut zurecht, wenn man 30 Prozent auf die 10.000 Kilowattstunden, das entspricht ja ungefähr 10 kW. Pro 1 kW hat man ja 1.000 Kilowattstunden Erzeugung im Durchschnitt. Und ich habe also dann gesagt, okay, dann passt es mit den Strings nicht so, da habe ich 15,5 rausgehabt. So, jetzt wusste ich schon mal, was ich bauen muss, um diese 10.000 Kilowattstunden auf jeden Fall bilanziell zu ersetzen. Das war schon mal klar. So, und jetzt kommt die Gegenrechnung. Wie finanzieren wir das Ganze? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache Folgendes. Ich rechne, und dazu muss ich das mal eben hier kurz starten, dass man das mitbekommt. Und ich rechne jetzt 10.000 Kilowattstunden beim Privathaus mit einem Strompreis von 35 Cent. Und tu mal so, als wenn der Strompreis jetzt die nächsten Jahrzehnte gleich bleibt. Ich rechne auch jetzt keine Einspeisevergütung, weil die ist ja zurzeit zwischen 6 und 8 Cent. Das ist ja auch alles erstmal unwichtig. Das rechne ich alles gar nicht. Ich tue so, als wenn ich diese 10.000 Kilowattstunden komplett ersetzen will. So, wenn ich 10.000 Kilowattstunden mal 0,35 nehme, dann kommen 3.500 Euro raus. So, das ist das, was die Energie kosten würde, wenn sie keine Photovoltaikanlage hätten und keine Speicherung. Und jetzt mache ich ganz einfach. Ich weiß ja, was die 15,5 kW Anlage kostet. Die liegt so zwischen 35.000 und 36.000 Euro netto. Ja, bis 30 kW haben wir ja nur reine Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Ich muss 35.000 Euro geteilt durch 3.500 Euro. So, dann sind wir bei den berühmten 10 Jahren, die es dauert, bis so eine Anlage zurückgeführt ist. Und das kommt auch aufgrund der Erfahrung, die wir haben, immer sehr, sehr gut hin. Wir haben mittlerweile gebaut, reine Photovoltaikanlagen inklusive der Volleinspeisung, haben wir 3.500 Anlagen gebaut im Leben. Wir haben Zugriff auf fast alle Anlagen und wir haben an Speicheranlagen etwa 800 Stück gebaut. Und da haben wir eine lange Erfahrung von zwölf Jahren und wir wissen einfach, dass diese Anlagen in der Regel nach zehn Jahren raus sind. Das ist das, was wir wissen, was ganz sicher ist. Wobei ich jetzt ganz stumpf gerechnet habe, dass hier natürlich 10.000 kWh ersetzt werden müssen mit einer 15,5 kW Anlage und dass die 35.000 Euro kostet. So, das ist die grobe Beratung, die am Telefon stattgefunden hat. Und dann kommen die Leute ins Grübeln und sagen sich, das kann doch gar nicht so einfach sein. Und ich sage, das ist so einfach, kommen Sie zur Beratung, erkläre ich Ihnen den Rest, dann bekommen Sie eine Kostenermittlung mit, eine detaillierte Kostenermittlung, die auch alles beinhaltet. Bringen Sie Fotos mit von Ihrem Schrank, bringen Sie Fotos von Ihrem Haus mit, hochauflösende Fotos, dass wir die Pfannen zählen können. Wir zählen nämlich noch Pfannen und danach entscheiden wir, was raufpasst. Und ich sage, dann bekommen Sie eine Wirtschaftlichkeitsschätzung, eine detaillierte, und dann werden Sie sehen, dass das tatsächlich so funktioniert. Ja, das ist ja die Erfahrung, die man heute macht, dass man sagt, also in 10 Jahren ist der Kram locker abgezahlt und danach ist die ganze Energie for free. So ist es. Und die Anlage wird so ausgelegt von uns, dass sie 30 Jahre überstehen kann. Wobei die 30 Jahre nicht ohne Schaden kommen. Die Module, die wir verwenden, werden die 30 Jahre überstehen. Der Akku wird es nicht ganz schaffen, da gehen wir von 20 Jahren aus. Und wir haben mittlerweile die Erfahrung, die haben Sie auch, dass wir viel, viel bessere Akkutechnik eingesetzt vor zwölf Jahren haben, als wir jemals gedacht haben. Wir haben eine Anlage gezeigt, die zwölf Jahre alt war, da ist die Ausspeisekapazität nach wie vor gleich. Bei dem Wechselrichter kennen wir aus unserer eigenen Erfahrung, aus unserer Statistik, dass der im 15. Jahr ausfällt. Das ist so, was wir an Erfahrung haben. Der wird in der Regel repariert oder ausgewechselt gegen einen Generalüberholen. Das sind die beiden Kosten, die man hat, plus die Versicherung für die Anlage. Das sind die Kosten. Das steht aber alles in der Wirtschaftlichkeitsschätzung drin. Ja, wir werden jetzt mal in die Wirtschaftlichkeitsberechnung reingehen. Da gibt es ein Programm, das ist in der Branche bekannt. Das heißt Sol Invest. Und diese Berechnung, wir kommen gleich noch auf weitere wirtschaftliche Aspekte, die wir besprechen müssen, aber wir schauen uns diese Rechnung mal an. In den Unterlagen haben wir also einen Richtungsaufwand von 35.600 Euro. Und dann rechnet man sozusagen aus, was ist der Einspeiseerlös und was sind die gesparten Stromkosten. Und da haben Sie dann bei der Anlage gerechnet, weil man hat ja noch eine Überschusseinspeisung und die trägt zur Amortisation der Anlage natürlich bei. Und insofern ist natürlich das andere eine Milchrechnung von Ihnen, weil es natürlich besser ist als das, was Sie gerade beschrieben haben. Ja, natürlich, aber das ist ja der Telefonkontakt. Sie müssen es schaffen, am Telefon jemanden dazu zu bringen, dass er sich eine Beratung auch gönnt. Ja, also denn Sie haben nicht ausgerechnet 3.500, sondern in der Wirtschaftlichkeitsberechnung kann man sehen, sind wir bei 4.316 Euro, weil die Einspeiseerlöse natürlich da sind. Die müssen reingerechnet werden. Und jetzt kommt ein Punkt, den finde ich ganz interessant, als Denkmodell, wenn man sich diese Wirtschaftlichkeitsberechnung anguckt. In dem Konzept hier geht Holger Laule davon aus, dass 20 Prozent als Eigenmittel sozusagen eingesetzt werden. Das sind hier 7.120 Euro. So, und der Rest geht als Kredit. Genau, das ist in der Regel, was unsere Kunden auch so machen. So, und jetzt muss man Folgendes sagen, jetzt nur mal ein Denkmuster bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Wie ist die Denkweise bei diesen Modellen? Die ist nämlich so, Sie setzen eigenes Kapital ein und das muss ich für Sie amortisieren. Das, was Sie an Kredit oder an Fremdkapital einsetzen, ist ja total wurscht, weil das spielt die Anlage ja sowieso wieder ein. Aber das Geld, was Sie konkret reingeben, dafür möchten Sie ja eine Rendite haben oder einen Gewinn haben, weil das Geld können Sie jetzt anders einsetzen. Und das andere sozusagen, was als Kredit reingenommen wird, das muss die Anlage so reinspielen. Ist das die Denkweise bei diesen Modellen? Das ist genau die Denkweise. Endlich sagt es mal jemand ganz laut, Geld, was ich mir leihe, kann keine Rendite haben. Das ist ja Quatsch. Ich muss ja die 20 Prozent, die ich da reinpacke, das ist ja das, was die Rendite bringt. Und diese Rendite ist nicht ohne. Genau. So, das heißt, nehmen Sie einfach die Kredite, was da aufgenommen werden muss, als Kosten, die irgendwann wieder reinkommen müssen. Werden Sie auch, kann man vorrechnen. Und das Geld, was Sie privat aus Ihrem Geld reinstecken, muss dann sozusagen oder kann diese Rendite erwirtschaften. Und diese Rendite, die ist natürlich gigantisch. Ja, wir können das mal einblenden. Nach 30 Jahren, ja, also habe ich sozusagen, ich habe reingegeben 7.120 Euro. Und nach 30 Jahren kommt hier sozusagen eine Ausschüttung von 53.453,66 Euro raus. Das entspricht 751 Prozent des eingesetzten Kapitals und eine jährliche Rendite von 18,11 Prozent. So ist es. Und wenn das jemand nicht glauben will, ich habe Ihnen gestern ja die Tabellen gezeigt, die wir hier im Gewerbegebiet verwenden. Es ist am Ende tatsächlich so. Ich bin einer, der die 25 Jahre schon hinter sich hat. Ja, ich nähe mich den 30 Jahren Betriebszeit. Und wir arbeiten jetzt daran, um das mal klar zu machen, warum wir auch 30 Jahre nehmen. A, weil die Module durchhalten und weil wir wissen, dass nach 20 Jahren es ja weitergeht. Wir werden eine Einspeisevergütung immer noch bekommen. Im Moment bekomme ich hier für meine Anlagen, die über 20 Jahre alt sind, bekomme ich 8,6 Cent Vergütung. Ohne, dass ich an der Anlage irgendwas ändere. Und wir sind dabei, mit diesen Anlagen dann in die Direktvermarktung reinzugehen. Das wird ja alles gehen. Und in der Direktvermarktung eventuell noch mehr zu erzielen. Und so kommt man natürlich mit dem Betrieb einer Photovoltaikanlage auf wirklich ernsthafte Gewinne. Ja, also insofern kann man sagen, wenn Sie Eigenkapital in die Anlage hineinstecken, muss Ihr Interesse natürlich so groß sein, dass der Betrag so groß wie möglich ist, weil ich eben diese enorme Rendite erziele. Ja, nicht unbedingt so groß wie möglich. Eigentlich ist der Ertrag am besten bei 20 Prozent. Das haben wir ausprobiert. Wir haben ja Kunden, ja, ich kann auch 50 Prozent, ich habe auch mehr. Ich sage, wenn Sie es nicht nötig haben, behalten Sie Ihre liquiden Mittel und nehmen 80 Prozent von der Bank. Das ist eigentlich die beste Rendite, die man haben kann, weil die Bank sorgt ja nur dafür, dass ich das Projekt durchziehen kann. Zu mehr ist das Bankgeld ja gar nicht da. Ich mache ja die Rendite nicht mit dem Bankgeld. Das ist der entscheidende Schritt. So, und jetzt gehen wir mal auf die Seite Eigenverbrauch. Und da wird es interessant, da wird also die gesamte Anlage in ihrer Lebensdauer prognostiziert. Was bringt die? So, und da geht man davon aus, dass 70 Prozent Eigenverbrauch stattfindet. Die 70 Prozent Autarkie, muss man dazu sagen, ist eigentlich das, wo wir heute wissen, eine Photovoltaikanlage mit einem Speicher bringt das eigentlich in der Sektorenkopplung. Und auch sogar, wenn man ein bisschen Elektromobilität dabei hat, das ist machbar. Das ist heute Standard. Wir sind früher mal von 50 Prozent ausgegangen. Wir wissen, dass es jetzt 70 ist. Und wir wissen von Menschen in den Portalen, die wir haben, dass Leute sogar 80 Prozent schaffen. Das ist heute machbar, wenn man anfängt, danach zu leben. Die 70 Prozent sind sicher, muss ich nicht nachleben. Ich muss einfach nur machen. Ja, ich kann ganz normal weiterleben. Aber die 80 Prozent, wenn ich die habe, und da streben ja ganz viele Leute an, dann muss ich ein bisschen danach leben. Dann muss ich mir genau überlegen, was ich mache. Waschmaschine an, wenn die Sonne scheint und so weiter und so weiter. Den Speicher möglichst wenigstags übernutzen, damit ich durch die Nacht komme und so weiter und so weiter. Und das finde ich interessant, dass ganz viele Menschen mittlerweile auch nach 80 Prozent hinkommen. So, und dann wird aufgelistet, dass sozusagen bei der 70-30-Konstellation über die Lebensdauer 133.000 über 133.000 Kilowattstunden eingespeist werden. Es gibt einen Eigenverbrauch von 310.000 Kilowattstunden. Und da wird die Einspeisevergütung von 7 Cent gerechnet. Und es wird der Strompreis von 35 Cent gerechnet. Mit einer jährlichen Strompreissteigerung, in dem Fall von 1,5 Prozent. Jetzt kann man darüber sprechen, ob das zu optimistisch ist. Meiner Meinung nach sind die Preissteigerungen viel höher. Aber es ist ein anderes Thema. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommt sozusagen die Vergleichsrechnung. Wenn Sie also sozusagen den Eigenverbrauch rechnen, dann erzielen Sie damit 130.980,15 Euro. Und wenn Sie dann eine Einspeisung machen, dann kriegen Sie nochmal 34.645,40 Euro. So, und dann ist der Vorteil gegenüber der reinen Einspeisung von 96.000 Euro mit der Anlage. Bei einem Invest von 30.000, 35.000 Euro. 35.000 Euro Invest und 7.000 Euro Eigenkapital dabei, ja. So, und das zeigt eigentlich die enorme Wirtschaftlichkeit dieser Anlage, die da praktisch da ist. Also man hat praktisch die Einsparung des Netzbezugs. Man speist etwas ein und dann kommt man auf solche Beträge. So, und dann muss man dazu sagen, muss man mal sagen, man baut eine Anlage für 36.000 Euro und holt sozusagen einmal 130.000 Euro und einmal 34.000 Euro rein. Finde ich eine enorme Summe, ja. Und dann muss man aber auch sagen, gieriger als bei diesen Beträgen darf man auch nicht werden. Ich weiß, dass viele Leute, die Eigenenergie produzieren, ganz große Dollarzeichen in den Augen bekommen. Man muss aber sagen, wenn Sie ein Invest, und jetzt rechnen wir mal die Kreditfinanzierung mit rein, wenn Sie ein Invest, ja, sozusagen von 35.000, 36.000 Euro durchführen und dann können Sie einmal 130.000 und einmal 34.000 Euro holen, dann ist das schon sehr, sehr viel bei so einem Invest und mehr geht dann auch nicht mehr. Ja, wir haben hier eine Kreditbelastung von 5,35 Prozent, glaube ich, reingerechnet. Das sind die Kredite im Moment, die aktuell vergeben werden. Und wir dürfen einzig vergessen, bei der ganzen Investition ist ja der Zählerschrank, die Zählerhauptverteilung in der Regel auch noch neu gemacht worden. Etwas, was normalerweise ja in die reine Hausinstallation reingehört, ist jetzt auf einmal auf die Seite der Photovoltaik gewandert. Ein Invest von mittlerweile 2.000, 2.500, 3.000 Euro ist auf einmal in der Photovoltaik drin. Ich hätte den Zählerschrank sowieso, alle 30 Jahre müssen die Zählerschränke eh raus. Ja, und da haben wir halt die Investition des Zählerschrankes quasi in der Photovoltaik. Die Photovoltaik verdient quasi ein Teil der Sanierung der Elektrik des Gebäudes. Und das finde ich bemerkenswert. Ja, nun würden viele Zuschauer, ich kann immer schon die Kommentare bei YouTube, kann ich immer schon erahnen. Das habe ich sozusagen am Puls von YouTube, bin ich soweit überall die Jahre schon dran. Und dann wird drunter stehen, naja, ob das wirklich 30 Jahre hält, das werden wir mal sehen. Da muss man aber sagen, hier ist sozusagen schon mal ein Wechselrichtertausch, ist mit eingepreist. Ist alles mit eingepreist, ja. Wechselrichterreparatur im 15. Jahr, Akkutausch im 20. Jahr. Und eine Versicherung ist sogar auch mit eingepreist. Und eine Versicherung. Wir rechnen immer 7,50 Euro pro KW-Pik-Versicherung. Das heißt, da sind also Reparaturen oder Verschleißersatz ist schon sozusagen mit eingeplant. Und dann kommt der nächste Kommentar, der sofort drunter kommt, ist, naja, 30 Jahre wohne ich ja überhaupt nicht vielleicht. Oder ich bin schon, was weiß ich, 50 oder 60 und ob ich so alt werde, ist eine andere Frage. Und da gibt es eine ganz einfache Antwort darauf zu sagen, haben wir am Anfang der Sendung gesagt, da das Ding ja eh nach 10 Jahren finanziell durch ist, spielt es keine Rolle, ob die Anlage 20, 30, 40 Jahre hält. Einmal das nicht. Und wenn ich das Haus verkaufe, habe ich Eigenenergieversorgung und kann das mit in den Hauskauf-Verkaufspreis einpreisen. Das darf man auch nicht vergessen, weil der Wert des Gebäudes ist ja gestiegen. So, das ist eine ganz klassische Rechnung, wie Sie sie eigentlich bei jedem Solateur bekommen werden. Diese Rechnung ist ganz, ganz klassisch auf den Kapitaleinsatz sozusagen gerechnet. Ja, so, jetzt kommt der Punkt, Herr Laudlein, wie ich immer gerne betone, ich bin ja Journalist. Oh, das ist jetzt das Problem, ja. Und ich behaupte immer, ich bin ein investigativer Journalist. Und das machen so alle. Und ich sage Ihnen jetzt mal Folgendes. Diese Berechnungen sind trotzdem alle Quatsch. Das sage ich Ihnen, ich sage Ihnen auch, warum das Quatsch ist. Ja, das weiß ich, ich kenne Ihre Meinung, ja, ist auch richtig so. Ja, erstens, ja, die Breite der Wirtschaftlichkeit, die solche Anlagen haben, wird nicht wirklich berechnet. Weil es wird einfach pur gerechnet, was ist die Einsparung gegenüber dem Netzbezug und was ist sozusagen die Einspeisevergütung. Aber wenn Sie auf Eigenenergie draufgehen, heben Sie ja ganz andere Effizienzgewinne, die hier mit 0 Cent reingerechnet sind. Sie haben gerade hier sehr schön gesagt, naja, wir haben ja 15.000 Kilowattstunden für das Elektroauto. In Ihrer Wirtschaftlichkeitsberechnung, sondern von Solinvest, geht ja überhaupt mit keinem Cent ein, dass ich zwar den Netzbezug spare gegenüber Netzbezug für das Elektroauto, aber die Spritersparnis, die Sie haben gegenüber einem Verbrenner jetzt beim Elektroauto, ja, diese Einsparung, die da ist, ist gigantisch. Und die ist da mit keinem Cent drin. Das ist mit keinem Cent drin. Ich kann Ihnen das ja sagen, Sie wissen vielleicht, ich fahre 31 Jahre Elektroauto jetzt. Tesla jetzt knapp im 11. Jahr. Und bei uns ist es so, dass am Anfang unser Steuerberater gefragt hat, sagst du mal, wir haben hier keine Spritkosten. Ich bin ja schon sehr, sehr lange elektrisch unterwegs. Und das ist tatsächlich so, die Einsparung gegenüber einem Verbrenner, wenn man jetzt aus der Sonne lädt, so wie wir das ja hier auch machen, die ist gigantisch. Und die ist da nicht mit drin, definitiv nicht. Genau. Denn Sie müssten eigentlich jetzt mit Ihrem komischen Taschenrechner da, müssten Sie einrechnen, 15.000 Kilowattstunden, können Sie ja mal machen. Ja, können wir gerne machen. Also, Laudelei Stunde der Wahrheit bei Laudelei Original. So, jetzt rechnen Sie mir bitte mal aus, wie viel 15.000 Kilowattstunden Fahrstrom gegenüber dem Sprit ausmachen. Nein, nein, Sie müssen eins bedenken. 15.000 Kilometer hatte ich gesagt. Ach so, Entschuldigung. Und 3.000 Kilowattstunden. Jetzt versucht er mich auch noch zu korrigieren. Ja, nun, das hilft ja nichts. Also, 15.000 Kilometer Fahrstrom für im Verhältnis, können Sie wieder Ihre Zaubermaschine bedienen. So, was spart mir das ein? Ich muss die Zaubermaschine erst mal zum Laufen kriegen, dass sie aufzeichnet. So, jetzt zeichnet sie auf. Wunderbar. So, was soll ich rechnen? 15.000 Kilometer Spritkosten. 15.000, ja. Was kostet das? Nicht, 15.000 Kilometer mit dem Autofahren. Mit dem Autofahren. Nehmen wir einen Wagen. Wir nehmen jetzt nicht die Autos, die Sie fahren. Sondern 8 Liter Verbrauch. Sondern normale Autos. Ja, 8 Liter Verbrauch auf 100. Ja. Ja. Ist noch wenig gerechnet, 8 Liter bei den heutigen Autos, aber nehmen wir das mal. Nehmen wir 8 Liter auf 100. 8 Liter. Sie wissen natürlich als Elektroautofahrer nicht mehr, was Sprit kostet. Was kostet der Sprit jetzt? Hans-Leo in der Bild-Regie. Was kostet ein Liter Diesel? Und ein normaler Sprit ist teurer, ne? Nehmen wir Benzin-Cent. 1,90. 1,9. So, dann kosten 100 Kilometer gefahren mit 8 Liter Verbrauch 15,20 Euro. Echt? Das ist ja so teuer. So, dann sind das 152 Euro mal 10. Auf 1.000 Kilometer 152 Euro. Auf 10.000 Kilometer 1520 Euro. Aber Sie haben mal 15.000 Kilometer gerechnet. Genau. Da kommt jetzt nochmal ein Drittel drauf. Also rund 2.000 plus 500 kommt da nochmal drauf. Also uns kosten die 15.000 Kilometer ungefähr 2.000 Euro an Spritkosten. So, nehmen wir mal diese Rechnung. Da steht eben drin, durchschnittliche Stromgestehungskosten über die Anlagezeit 0,12 Cent. So, jetzt gehen wir mal davon aus, Sie fahren ja mal so ein bisschen mit Bleifuß und so weiter, 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. So, was kostet dagegen gerechnet 15.000 Kilometer an Elektromobilität? Also, wenn wir 15 Kilowattstunden nehmen, mal 0,12, dann kosten 100 Kilometer Gefahren 1,80 Euro. 1,80 Euro. Ja, mal 10, dann haben wir die 1.000 Kilometer, dann kosten 1.000 Kilometer 18 Euro. Nochmal mal 10, dann sind 10.000 Kilometer kosten 180 Euro. Und das wollen wir ja für 15.000, also müssen wir 90 Euro draufrechnen plus 90 Euro. Dann haben wir für 15.000 Kilometer 270 Euro Kosten. Und wie viel hatten wir vorher gehabt, gerechnet? Das war knapp 2.100 Euro. Gut, also jetzt sagen wir mal großzügig. Das heißt, Sie sparen im Grunde genommen 1.800 Euro an Fahrstrom ein, also an Geld an Spritkosten. Das ist in Ihrer Wirtschaftssicherheitsberechnung 0 drin. Ja, lassen wir weg. Sehen die Leute dann an Effekten. So, aber jetzt machen wir mal, das sind die Nachteile von Journalisten, die machen Milchmädchenrechnung. Wir machen mal eine Milchmädchenrechnung. Jetzt nehmen Sie mal die 1.800 Euro Einsparung mal 30 Jahre. Sie rechnen ja hier auf 30 Jahre. Das sind 54.000 Euro. So, aha. Das ist unglaublich. Habe ich noch nie gemacht, so eine Rechnung. Ich denke da nicht drüber nach, weil für mich ist das nebenbei. So, also jetzt erstmal wirklich ein Punkt. Steht in keiner Wirtschaftlichkeitsberechnung drin. Wir haben das hier vorgelistet. Der Kaufpreis beträgt 35.600 Euro. Ja, und dann wird Ihnen vorgerechnet, was ich vorhin gesagt habe, 130.000 plus 34.000 abzüglich. Aber 54.000 Euro, die ich auch noch habe, die den Kaufpreis der Anlage übersteigt, steht in keiner Rechnung drin. Das heißt, wenn Sie Elektromobilität machen und fahren 15.000 Kilometer, spielt Ihnen das sozusagen mehr ein als die ganzen Kosten für die Anlage. Ja, spielt sogar das Auto ein. Gut, wir fahren jetzt kein Elektroauto 30 Jahre. Das heißt, jetzt könnte ich populär als Journalist sagen, wenn Sie Elektromobilität machen, spielt Ihnen die Elektromobilität die Kosten für die PV und die Speicher ein und die restliche Energienutzung ist for free. Das ist so. Und wenn wir jetzt die 270 Euro mal rechnen, die uns das Fahren ja pro Jahr kostet, mal 30, dann kostet uns das Autofahren, wenn wir theoretisch ein Auto 30 Jahre fahren, kostet 8.100 Euro. Ja, so neben anderen Vorteilen, dass Elektroautos geringere Wartungskosten haben, dass sie ein Elektroauto länger fahren können als Verbrenner und so weiter und so fort. Weniger Steuern, Versicherung ist noch gar nicht reingerechnet. So, das ist das eine. Also Sie sehen, dass die Wirtschaftlichkeitseffekte, die Sie mit Eigenenergieproduktion haben, in keinster Weise reingerechnet bekommen. Jetzt geht es noch weiter, jetzt zerreiße ich das Ding noch weiter. So, Herr Laudleit, das steht auch hier mit keinem Ding. Ich kann das ja machen, weil das ist ja nicht von Ihnen die Wirtschaftlichkeitsberechnung, Sie haben sie nur angewendet. So, Sie rechnen natürlich der Strom-Strom-Bezug-Wärmepumpe mit rein. Sie rechnen ja auch überhaupt nicht rein, dass die Leute ihr Heizungssystem umstellen von Gas, wo eins zu eins verbrannt wird, auf sozusagen die Wärmepumpe. Das heißt, ich habe ja noch ein effizienteres Heizsystem. Und im Grunde genommen müsste man die Einsparung mit der Eigenenergie gegenüber einem System wie Gas oder Öl, müsste man in die Wirtschaftlichkeitsberechnung auch noch reinpacken. Ja, das darf man natürlich eins nicht vergessen. Die Investition in eine Wärmepumpe ist etwas höher, als wenn man wieder eine Gasheizung oder eine Ölheizung einbauen würde. Das darf man nicht vergessen. Aber jetzt haben Sie ja gerade angewendet, wenn man Elektroauto fährt, spart man ja unglaublich was ein. Und das kann man als Invest im Prinzip rüberziehen in die Investition der Wärmepumpe, die ja nun nicht ganz ohne ist. Einmal das und man müsste dann eben jetzt eigentlich die Einsparungen sozusagen nochmal treffen, die dann praktisch den Wechsel des Heizungssystems hat, weil wir natürlich in der Effizienz 1 zu 3 der Wärmepumpe gewaltige Einsparungen haben. Und das wird eigentlich den Leuten nicht mit auf den Tisch gepackt. Das heißt, sie kriegen eigentlich mit diesen Wirtschaftlichkeitsberechnungen das konservativste Tool an die Hand gestellt. Aber die wirklichen wirtschaftlichen Effekte durch Elektromobilität, durch die Umstellung des Heizungssystems wird nicht reingerechnet. Dann wird nicht reingerechnet, dass die Leute anders mit Energie umgehen, dass nämlich der Energieverbrauch sinkt, weil die Leute sagen, ich möchte mit meiner Energie sparsamer umgehen, wird auch nicht reingerechnet. Das ist tatsächlich ein Effekt, der kommt. Die Leute fangen an, obwohl sie Eigenenergieversorgung haben, versuchen sparsamer zu leben. Dürfen Sie aber eins nicht vergessen, bei all Ihren Punkten, das in eine Beratung reinzubekommen. Die Leute hören maximal, können Sie eine Stunde zuhören. Gerade wenn Sie mit der Ehefrau zusammen da sind, dann teilen Sie sich das Wissen so ein bisschen auf. Man merkt nach einer Stunde, dass die Leute anfangen abzuschalten. Wir erklären ja diese Wirtschaftlichkeitsschätzung vorweg. Und wir sind schon froh, dass wir das rüberkriegen, was Sie jetzt alles noch mit angebracht haben. Das in eine Beratung reinzukriegen von einem Ehepaar, was sich noch nie mit der Thematik beschäftigt hat. Ist sehr, sehr schwer. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, wird das Desaster in dieser Sendung für Holger Laudleih komplett. Herr Laudleih. So war das nicht gedacht. Ich bin heute ganz streng mit Ihnen. Es ist einfach so. Also in Ihren Beratungen, und ich meine, das ist ja exemplarisch für alle, sind ja andere Faktoren auch nicht drin. Wir haben eine CO2-Steuer in Deutschland, die weiter steigt. Das heißt, wenn Sie mit Ihrer Gastherme weitermachen, wenn Sie mit Ihren Autos weitermachen, steigt die CO2-Steuer an. Ja, und die wird systematisch erhöht. Der zweite Punkt ist, was nicht reingerechnet wird, ist, dass es ab 2026, spätestens 2027, noch eine CO2-Steuer gibt von der Europäischen Union. So, und wir wissen inzwischen witzigerweise auch fast schon, wie viel das ist, und das wird auch steigen. So, und das heißt, das sind Kosten bei weiterem Netzbezug von Strom oder von Gas oder von Öl und auch für Benzin, die in diese Kosten noch mit reinkommen. Und diese Kosten können Sie nur entgehen, indem Sie praktisch Eigenenergienutzung zu machen. Und auch das findet sich in keiner Wirtschaftlichkeitsberechnung wieder. Weil diese Verhältnisse sehr komplex sind. Was wir hier diskutieren, kriege ich in einer Beratung nicht mehr unter. Sie haben natürlich völlig recht, was Sie da jetzt alles noch herauszaubern. Aber ich kriege es in der Beratung nicht unter. Wir müssen es schaffen, den Leuten klarzumachen, mach bitte erneuerbare Energien. Das hat für dich einen Zukunftswert. Du machst deine eigene Energiewende und du solltest Elektroauto fahren. Du solltest bei einem Haus, was dafür geeignet ist, eine entsprechende Wärmepumpe einbauen. Das Invest kriegst du quasi durch dein Auto wieder, was wir jetzt herausgefunden haben. Ich habe das Argument so noch nie benutzt. Und das in einer Stunde Beratung hinzubekommen, sehr, sehr schwer. So, und dann kommt noch der nächste Punkt dazu. Wird immer schlimmer. Es wird in absehbarer Zeit auch CO2-Gutschriften für Ihr Haus geben, so wie für das Elektroauto. Das kommt fürs Haus auch. Das wird auch mehrere hundert Euro im Jahr ausmachen. Und da der CO2-Preis systematisch steigt, wird der Wert der Photovoltaikanlage systematisch auch weiter steigen. Und wir wissen eigentlich schon, in welcher Größenordnung das heute ist. Und auch das findet sich in dieser Solinvest-Berechnung auch mit 0 Euro rein. Es ist leider so, dass diese Berechnung nur auf diesem reinen Wirtschaftsniveau funktioniert. Diese ganzen Gegenrechnungen, die man machen kann, tauchen da nicht auf. Tauchen aber in keinem Programm auf. Ja, also das sind sozusagen, also Sie haben ja gesehen, wir haben Ihnen vorgerechnet, dass diese Berechnungen rein auf den Kapitalinvest gesetzt sind. Ja, dass Sie andere Einsparungseffekte in Heizungssystemen, in Elektromobilität, in zukünftigen Steuerzahlungen für CO2-Emissionen nicht mit hineinrechnet. Und jetzt könnte man sagen, warum gibt es das eigentlich nicht? Warum wird das eigentlich nicht gemacht? Und da sind wir an einem Punkt, was das Thema Energiewende eben wirklich so kompliziert macht. Das sind natürlich alles Berechnungen, die man sehr schwer standardisieren kann, weil das natürlich vom Eigenenergienutzungsprofil sehr individuell ist. Von der Größe des Fahrzeugs, wirklich von diesen Verbräuchen her. Und deshalb müsste man eigentlich sagen, ist es sehr, sehr schwer, das alles mit reinzuberechnen, weil wir so viele Faktoren und Komponenten mittlerweile haben. Und das dann eben so auf 20, 30 Jahre hochzurechnen, das wird dann echt schwer langsam. Und es würde kein Banker mehr verstehen. Was wir mit Solinvest geschafft haben, wir sind ja sehr, sehr gut bekannt mit Solinvest, mit dem Hersteller der Software. Wir haben Lockheizkraft, wer gewinnt haben wir drinne. Und wir versuchen gerade mit dem Hersteller, dass wir ein Auto mit reinkriegen. Das ist ja auch interessant. Aber wir wissen auch, dass die Banken immer mehr Schwierigkeiten damit haben, diese Wirtschaftlichkeitsschätzungen zu verstehen, die letztendlich finanzieren wollen. Ja, also nehmen Sie mal aus der Sendung einfach mal mit. Nach zehn, spätestens zehn Jahren ist das Ding durch. Eigentlich früher, weil die Strompreissteigerungen sind eigentlich mehr als diese 1,5 Prozent, die drin sind, waren sie eigentlich immer. Nehmen Sie mit, dass Sie eine, wenn Sie eine Eigenkapitalrendite haben wollen, Sie eine sehr gute Rendite haben. Nehmen Sie mit, dass die Elektromobilität wirklich das Tool, das im Moment stärkste Tool ist, Eigenenergieerzeugung zu amortisieren. Und nehmen Sie mit, dass Sie Effekte wie die Heizung gegenüber fossilen Energien auch noch nicht wirtschaftlich haben. Und nehmen Sie mit, dass Sie in der CO2-Besteuerung günstiger liegen und dass Sie in der CO2, mit den CO2-Zertifikaten wie bei Elektroautos, wo Sie Geld für bekommen, dass das alles nicht drin ist. Kann man das alles so als sagen? Wenn man dann im Endeffekt das alles so sieht, kann man das alles mit reinnehmen, ja. So, und da muss man eigentlich sagen, es ist ja eigentlich im Grunde genommen Wahnsinn, dass Leute es nicht machen. Das fragen wir uns auch immer, ja. Weil zumal wir ja den Menschen das seit 25 Jahren vorleben, wie es geht. Und ich bin vor 25 Jahren belächelt worden, wie ich angefangen habe in meiner ersten kleinen Anlage. Und heute bin ich derjenige, der lacht. Und es gibt immer noch Menschen, die das nach wie vor bezweifeln. Ja, und wie gesagt, es kommt der Aspekt der Versorgungssicherheit dazu. Die Anlagen haben ganz oft auch Notstrom. Das heißt, diese Energie habe ich für sicher, die ist sicher. Und letzter Aspekt in der Sendung, das ist für mich wirklich der entscheidende Aspekt der Eigenenergieversorgung, hat früher niemanden interessiert. Sie kennen Ihre Energiepreise für die nächsten 20, 30 Jahre, zumindest zu 70 Prozent. Ja, so ist es ja auch. Und ich habe ja Ihnen mal vorhin eine Tabelle gezeigt, wie das hier sich bei uns verhält. Ich lebe seit 25 Jahren ohne Energiekosten. Ja, und da haben Sie das umgesetzt, was hier alles nicht drin steht. Sie haben all die Effekte genutzt und stellen eben fest, dass die Eigenenergieversorgung in Dimensionen der persönlichen Lebenshaltungskosten gewaltige Erträge hineinspielt. Ja. Wir haben auf Kosten der Sonne gelebt. Auf Kosten der Sonne lebt Holger Laudleih. Und das können Sie auch. Das war Laudleih Original. Das war Laudleih ist unser erletter. Vielen Dank.